Hallo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und wie ihr seht aus einer anderen Location heute, ich bin umgezogen, deshalb hat es in letzter Zeit auch keine Videos mehr gegeben, weil ich ein bisschen im Umzugstress war, der eine oder andere kennt das ja vielleicht von euch, wenn man umzieht, gibt es immer sehr sehr viel zu erledigen. Es gibt einiges zu besprechen, ich würde sagen wir fangen mal an mit unserem neuen vierten Spieler bei Call of Duty Ghosts, ich meine ich habe ein Video gemacht, wo ich erklärt habe, dass sich Rocks dazu entschieden hat aufzuhören und wir haben natürlich dann schnellstmöglich einen neuen vierten für uns gesucht, einen der spielerisch mithalten kann, der unsere Taktiken versteht und einfach, ja wie soll ich sagen, einfach zu uns passt auch und wir hatten leider nicht viel Auswahl in Deutschland. Es hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber es ist leider so, es gibt in Deutschland leider nicht so viele Spiele, die auf Top Level mitspielen können, das wollen wir natürlich ändern zur nächsten Season, aber beim Call of Duty Ghosts ist momentan auch so, liegt vielleicht auch daran, dass das Game nicht so gut ist und das Game auch nicht so viele Leute spielen. Ich meine, wenn ich zurückdenke, MV3, Black Ops 2, MV2, da war die deutsche Szene wesentlich größer und es gab wesentlich mehr, sag ich mal, motivierte und talentierte Spieler. Aber nichtsdestotrotz, wir haben einen Top-Ersatz gefunden, die meisten von euch könnten schon gelesen haben, es wurde schon vor ein paar Wochen auf unserer Facebook-Seite, die übrigens unten in der Beschreibung ist, announced und auch auf der Killerfish-Seite, die ich euch unten nochmal verlinke, beziehungsweise ich verlinke euch die News. Wir haben uns für McMillix wieder entschieden, einfach aus dem Grund, er ist ohne jede Frage einer der besten Spieler in Deutschland, auch in Europa, ein Top-Spieler wirklich und er kennt unsere Taktiken, er ist smart, er ist genau das, was wir brauchen für Herrschaft und für Blitz, für solche Objective-Games, da brauchen wir einfach einen, der sneaky spielen kann. Grand Elite wird dann hin und wieder mal die AR-Rolle übernehmen, wobei wir aber sehr, sehr viel mit 3 SMG spielen und Quickie dann die, sag ich mal, die einzigste AR ist, wenn wir teilweise nicht sogar mit 4 SMG spielen, auf kleinere Maps, wie zum Beispiel Strike Zone. Aber das werden dann auch in kommenden Listen in 10. Das Team besteht jetzt so, vorerst mal für Call of Duty Ghosts einfach nur, wir werden zusammen auf die ESWC gehen, richtig, wir haben einen ESWC-Invide bekommen, sollten auch schon einige von euch mitbekommen haben. Ich glaube, genau da habe ich sogar ein Video drüber gemacht und zur ESWC sage ich später auch gleich noch ein bisschen was, die Gruppen wurden ja auch schon announced, der es noch nicht mitbekommen hat. Wir gehen jetzt so mit dieser Line-Up jetzt auf die ESWC und versuchen dann für Call of Duty Advanced Warfare ein Line-Up auf die Beine zu stellen, inwiefern sich das zusammenstellt, kann ich ja noch nicht sagen, will ich euch noch gar nicht sagen, weil ich selber noch nicht weiß, man muss sehen, wem gefällt das Spiel, wie gut ist wer in dem Spiel, wer hat wie viel Zeit, ich meine es beginnt eine neue Season, vielleicht hat der ein oder andere wieder andere Prioritäten dann im nächsten Jahr, sag ich mal und wir wollen natürlich versuchen, dieses Mal von Anfang an eine konstante Line-Up zu machen. Ich meine, nicht nur für euch ist das nervig, diese Line-Up-Change, sondern auch für mich und fürs komplette Team. Ich meine, ich sage selber immer, der Schlüssel zum Erfolg ist einfach ein konstantes Team, wo die Team-Chemie einfach stimmt. Ich meine, mit der Team-Chemie gibt es bei uns wirklich keine Probleme, wir hatten Gott sei Dank mit den Leuten, die wir immer jetzt mit dem Team haben, immer super Leute erwischt, egal ob es der MacMillic, der Random oder der Raiden war, waren wirklich spitzen Leute, hat wirklich von der Chemie her super gepasst. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein anderes Thema, wir konzentrieren uns erstmal auf die ESWC 2014, die ja bereits in eineinhalb Wochen ist in Paris und versuchen da unser Bestmögliches zu machen. Und wie ihr sehen könnt, ich werde es jetzt hier gleich sehen, ich werde es jetzt hier gleich einblenden, wurden die Gruppen für die ESWC 2014 announced. Ich blende euch das jetzt mal ein. Hier seht ihr, die Gruppen für die ESWC 2014 wurde vor ein paar Tagen erst ausgelost, also ist noch relativ aktuell das Ganze. Und hier sehen wir in der Gruppe 1 Team Enviers aus Amerika, Basic Esports aus England, aus Spanien, Overgaming und aus, ich glaube, Algerien ist das. Mobi Team 3G TNT, habe von denen so noch nicht allzu viel gehört, aber ich weiß, dass die letztes Jahr, glaube ich, auch schon auf der ESWC dabei waren, wenn mich nicht alles täuscht. Dann kommen wir zur Gruppe 2, in der Gruppe 2 ist Epsilon Esports, Mindfreak Plantronics, sind wir und Team Deliver. Zu unserer Gruppe werde ich gleich noch ein bisschen was sagen. Machen wir weiter mit der Gruppe 3, hier ist Evil Genius, dann ein offener Spot für Frankreich, Team Orbit, also das schwedische Orbit Team und Team Macbeth aus Japan. Das ist eine ganz witzige Geschichte bei denen, die hatten eine Qualifier und da ist keiner entschieden, weil da irgendwie anscheinend jeder am LOL oder StarCraft zocken ist oder Dota oder weiß da gar nicht was. Auf jeden Fall ist zu dieser Qualifier keiner entschieden und irgendwie haben sich dann doch vier Spieler gefunden, zusammengewürfelt, die jetzt für Japan hier in den Start gehen. Also in Japan ist Call of Duty leider nicht so am Start wie bei uns oder in der NA-Szene. Dann kommen wir zur Gruppe 4, da haben wir TCM Gaming, Team Justice Pro, den zweiten offenen Frankreich Spot, so muss es heißen und hier Team Calidus aus Brasilien, sagt mir auch ehrlich gesagt gar nichts. Also wenn jemand von euch das Team kennen kann, kann das gerne in die Kommentare schreiben, ich bezweifle es aber. Und es sind eigentlich sehr, sehr solide Gruppen, man kann nicht viel dazu sagen, also wenn ich mir die Gruppen so anschaue, meine Predictions, wenn ihr sie hören wollt, ihr könnt auch gerne mal eure Predictions schreiben. Also ich muss dazu sagen, die Top 2 aus jeder Gruppe kommen weiter, der dritte und der vierte sind sofort ausgeschieden nach der Gruppenphase, jeder spielt gegen jeden wie in der WM. Und ich muss dazu sagen, also ich sage jetzt einfach mal meine Predictions, ihr könnt eure gerne dann auch in die Kommentare schreiben. Ich schätze hier mal ganz klar, Basic, Esports mit PT und Team Envers wird weiterkommen. In der Gruppe 3, Evil Genius und ich denke mal eher das französische Team, da die Franzosen auch relativ stark sind. Und hier wird es eine knappe Geschichte, hier ist TCM, Team Justice und das dritte Franzosenteam, ich schätze eher mal auf TCM und das Franzosenteam, da glaube ich Team Justice auch mit ein oder zwei Pickups am Start ist. Die hatten auch irgendwelche Probleme, ich weiß aber nicht welche. Zu unserer Gruppe, wir haben eine mittelmäßig gute Gruppe würde ich mal sagen, zu Team Deliver kann ich nicht allzu viel sagen, habe die noch nicht oft spielen sehen. Davon aber trotzdem nicht unterschätzen, vor allem nicht in Call of Duty Ghosts, weil das Game, ja, wir freuen uns alle auf Advanced Warfare würde ich sagen. Mindfreak Plantronics, es müsste das Mindfreak Team sein, das auf den COD Champs auch war. Die hatten damals ein abnormal gutes S&D, beide australischen Teams, auch das Trinity T1 Dollars Team, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Und deren Stärke war eigentlich hauptsächlich das S&D Play, das war damals wirklich von einer anderen Welt, wie die S&D gespielt haben, was die für Nades geworfen haben und so weiter. Das waren richtig harte S&D Sweater. Kann leider auch nicht so viel dazu sagen, wie die jetzt spielen, wie die sich weiterentwickelt haben, ob die noch die gleiche Line-Up haben. Müssen wir sehen, aber ich denke, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Gegner. Und ganz klar, Epsilon E-Sports, brauche ich nicht viel dazu sagen, kennt ihr alle, sehr, sehr starke Gegner. Wir müssen mindestens gegen zwei Teams in der Gruppe gewinnen, das ist wirklich sehr, sehr schwer, aber wir haben uns auch gut drauf vorbereitet. Und es ist definitiv machbar, wir versuchen unser Bestes, auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen. Am besten wäre natürlich der erste Platz, da ja der Gruppenerste gegen einen anderen Gruppenzweiter spielt und ein Gruppenzweiter gegen einen Gruppenerster, wie man das jetzt auch aus der WM kennt. Ganz einfaches System und natürlich wäre es am besten, wenn wir Erster werden. Wir versuchen aber auf jeden Fall erstmal in die Playoffs zu kommen, aus dieser mittelschweren Gruppe rauszukommen. Und wie gesagt, wir sind gut vorbereitet, wir haben viel trainiert, wir müssen trotzdem noch einige Sachen fixen. Und dann sind wir da wirklich sehr zuversichtlich, dass wir da was reißen können. Und schreibt einfach mal eure Predictions mit unten in die Kommentare, was ihr so glaubt, wie weiterkommt. Was ihr von unserer Gruppe haltet und was ihr allgemein von dem Ganzen hier haltet. Würde mich freuen, wenn ihr das Video auch mit einem Daumen nach oben bewertet. Und das war es auch wieder von mir. Ich melde mich spätestens auf der ESWC wieder. Ich bin natürlich mit dabei und mache wieder Live-Videos vor Ort. Hoffe, dass ich ein gutes Internet habe, nicht so wie auf der Gamescom, dass ich die Videos auch zeitnah hochladen kann. Und ansonsten, bis die Tage. Ciao, servus, euer Schax.